Mein Name ist Sibel Allagr, ich bin 20 Jahre alt, ich bin die Vize Miss Tirol. Ich besuche die Handelsakademie Innsbruck und meine Hobbys sind Schwimmen, Reisen, auf jeden Fall Fitness und Lesen. Wer war die schönste Miss Austria aller Zeiten? Ena Kradic. Ja, sie hat eine natürliche Ausstrahlung und ist halt sehr hübsch, schöne Zähne. Was macht dich zur Miss Austria? Mich die positive Ausstrahlung, also ich lache gern und ich bin eigentlich ein offener Mensch und ehrgeizig. Warum sind denn Tirolerinnen nur die besseren Frauen? Ja, weil wir auf Berge aufwachsen. Was willst du uns damit sagen? Ja, dass Natürlichkeit eben aus Tirol kommt. Was ist das? 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 Was ist das?